Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier den amerikanischen Kreuzer auf Stufe 8, die Seattle am Start. Dort werden wir uns natürlich alles genau anschauen, welche Module ich nutze, welche Verbesserungen eingebaut sind. Dann gucken wir uns die Verbrauchsmaterialien an, die Werte vergleichen diese mit anderen Kreuzern auf der Stufe. Dann gibt es die Kapitänskillung und das erste Gameplay. Fangen wir doch mal direkt bei den Modulen an. Dort nutze ich als erstes Hop-Batterie Mod 2, um einfach die Drehgeschwindigkeit der Türme ein bisschen zu verbessern. Alternativ ist aber auch Flakgeschütze Mod 2 eine gute Wahl. Dann nutze ich als zweites Antriebs Mod 2, um schneller beschleunigen zu können. Als drittes das Tarnsystem Mod 1 für einen besseren Tarnwert. Und zu guter Letzt noch Hop-Batterie Mod 3, um die Ladezeit noch weiter zu verbessern. Und die Verbesserungen sind soweit alle eingebaut. Bei den Verbrauchsmaterialien haben wir einmal Schadensbegrenzung mit unendlich Aufladungen. Als zweites haben wir die Auswahlmöglichkeit zwischen dem Sonar mit zwei Aufladungen und einer Schiffsordnung von 4,7 km und einer Torpedoordnung von 3,3 km und dem defensiven Flakfeuer mit zwei Aufladungen. Ich werde auf jeden Fall das Sonar nutzen hier in der Runde, weil mit dem Sonar hat man auf jeden Fall den Vorteil, dass man garantiert in jeder Runde auf jeden Fall ein Schiff haben wird, wo Torpedos dabei sind. Das ist fast unmöglich, dass es nicht passiert. Und beim defensiven Flakfeuer ist man natürlich ein bisschen davon abhängig, ob es nützlich ist, ob ein Flugzeugträger in der Runde ist oder nicht. Daher auf jeden Fall für mich hier das Sonar. Als drittes haben wir das Radar mit zwei Aufladungen und einer Schiffsordnung von 9 km, relativ typisch für die amerikanischen Radar. Und zu guter Letzt haben wir noch die Auswahlmöglichkeit zwischen der Reparaturmannschaft mit zwei Aufladungen, welche über 28 Sekunden je 217 Trefferpunkte wiederherstellen kann. Das wären ca. 6100 Trefferpunkte pro Aufladung und dem Katapultjäger mit drei Aufladungen und dem Aufklärer mit drei Aufladungen. Aufklärer auf jeden Fall relativ interessant, weil das Schiff ein relativ kleines Kaliber hat. Von daher weiß ich nicht, warum das Schiff überhaupt die Möglichkeit hat. Würde ich jetzt nicht wirklich nutzen und dort auf jeden Fall die Reparaturmannschaft nutzen, um dort auf jeden Fall über die Runde Trefferpunkte wieder zurückzubekommen, um dort länger zu leben. Dann kommen wir zu den Werten. Diese werden wir natürlich mit anderen Kreuzern auf der Stufe vergleichen. Wir haben bei Überleben 58 Punkte, Trefferpunkte 43.600, was etwas schlechter ist wie der Durchschnitt. Panzerung 13 bis 178 mm. Schauen uns dort schnell die Panzerungsgruppen an, haben hier auf jeden Fall 25 mm Bugpanzerung allgemein. Natürlich ein Schiff, was definitiv auch Deckung nutzen sollte, um dort lange am Leben zu bleiben. Gerade durch den amerikanischen Schussbogen bietet sich das Ganze natürlich auch an. Und die Zitadelle leicht oberhalb der Wasserlinie, also Breitseite, muss man auf jeden Fall aufpassen. Aber allgemein definitiv ein Schiff, was auf jeden Fall auch mal Deckung braucht. Und die Torpedo-Schadensverringerung ist 4%, was leider ein sehr schlechter Wert ist. Dann kommen wir zur Artillerie. Dort haben wir 50 Punkte und bei der Hopp-Batterie haben wir 4x3 152 mm Geschütze mit einer Reichweite von 15,3 km, was etwas schlechter ist wie der Durchschnitt. Eine Ladezeit von 6,5 Sekunden, was auf jeden Fall eine sehr gute Nachladezeit ist. Dauer für die 180 Grad Drehung 22,5 Sekunden, was genau im Durchschnitt liegt. Und die Sprenggranaten machen einen Höchstschaden von 2300 mit einer 14%igen Brandwahrscheinlichkeit. Und der AP-Granaten-Höchstschaden liegt bei 3500. Und damit haben wir auf jeden Fall einen sehr, sehr starken HE-Schaden pro Minute und auch einen wirklich richtig starken Feuerstarter und auch einen sehr guten AP-Schaden. Man sollte natürlich, wenn man dort Ziele gerade dicht dran hat, auf jeden Fall die AP nutzen. Die macht auf jeden Fall auch sehr, sehr Schaden. Aber auf höhere Distanzen oder auf Zerstörer ist die HE wirklich sehr, sehr böse. Bei der Flugabwehr haben wir 85 Punkte und dort haben wir 24x1 20 mm Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 86 und einer Reichweite von 2 km. Dennoch 12x4 40 mm Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 191 und einer Reichweite von 3,5 km. Und zu guter Letzt noch 4x3 152 mm Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 90 und einer Reichweite von 6 km. Und damit haben wir eine leicht überdurchschnittliche Flugabwehr vom mittleren Schaden pro Sekunde. Aber die Reichweite gerade 6 km ist natürlich dort von der Langstreckenflugabwehr wirklich gut. Dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Dort haben wir 63 Punkte. Höchstgeschwindigkeit sind 33 Knoten, was etwas schlechter ist wie der Durchschnitt. Wendekreisradius allerdings 750 Meter, was auf jeden Fall ein sehr guter Wert ist. Ruderstellzeit 8,7 Sekunden, was auch etwas besser ist wie der Durchschnitt. Und zu guter Letzt kommen wir zur Tarnung. Dort haben wir 54 Punkte. Erkennbarkeit zu Wasser sind 12,8 km, was auf jeden Fall etwas besser ist wie der Durchschnitt. Erkennbarkeit zu Luft 7,7 km, auch hier etwas besser wie der Durchschnitt. Garantierte Erkennbarkeitsreichweite ganz normal 2 km. Und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel sind 6,3 km, was auf jeden Fall ein sehr guter Wert ist. Dann kommen wir zur Kapitänskillung. Dort nutze ich den Norman Scott mit der Basisfähigkeit gerichteter Aufprall. Und geskillt haben wir einmal Loderne Flammen und Pyromane, um einfach die Brandwahrscheinlichkeit zu verbessern. Als drittes Durchstoßen, um die AP zu verbessern. Gerade auf Breitseiten hat diese natürlich hohes Potenzial, wenn die Entfernung nicht allzu groß ist. Als viertes Fixiert, um die Genauigkeit noch etwas besser zu machen. Als legendären Skill die Nachfüllstation, um die Ladezeit der Hauptbatterie noch mal etwas zu verbessern. Alternativ wäre aber auch vollständig verpackt auf jeden Fall. Eine starke Wahl für eine weitere Heilung und ein weiteres Radar. Und bei den Inspirationen nutze ich einmal den Francesco Mimbelli, um die Ladezeit zu verbessern. Und den Nikolai Kuznetsov für etwas mehr Reichweite. Alternativ könnte man auch auf die extra Reichweite vom Kuznetsov verzichten. Und dort noch zusätzlich den Deng Rouchang nutzen, um die Ladezeit noch besser zu machen. Um den Gegner noch mehr zu ärgern. Aber der George Dewey ist auf jeden Fall auch ein super Kapitän, den man nutzen kann, um dort auf jeden Fall die Tarnung noch besser zu machen. Das ist natürlich sehr interessant, wenn man dort wirklich voll auf Tarnung geht. Kann man mit diesem Schiff einen Tarnwert von 9,2 Kilometer erreichen mit einem 9,0 Kilometer Radar. Was natürlich ultra gefährlich ist für die Gegner. Ähnliches gelungen kann man natürlich auch, was den Tarnwert angeht, mit Biblia als aktiven Kapitän erreichen. Aber George Dewey hat ja jeder. Ich bleibe aber bei Norman Scott in der Runde und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Gefahrenherd im Herrschaftsmodus. Mit dabei der Tactic Angel in der Daini und der Jay-Z-Gameplay mit der Alsars. Vier Zerstörer auf jeden Fall in der Runde. Zwei Kreuzer, drei Schlachtschiffe. Leider ein legendäres Gefecht, aber Vier Zerstörer ist nicht so schlecht für einen Radarkreuzer. Nur drei Schlachtschiffe sieht man auch nicht so häufig. Daten hier auf der B-Seite. Versuche auf jeden Fall dort erstmal ein bisschen dichter ans Cap ranzukommen. Spielerisch lässt sich das Schiff natürlich relativ ähnlich spielen wie eine Cleveland Insel. Auf jeden Fall dort sehr vom Vorteil, weil im Offenen ist es schwierig, bzw. sogar noch schwieriger mit der Seattle, weil dieses Schiff nochmal deutlich träger ist. Und auch die Winkel der Hauptgeschütze sind nicht unbedingt sehr angenehm. Das heißt, wenn man wirklich die volle Feuerpower nutzen möchte im Freien, ist man gezwungen, sehr viel Breitseite zu zeigen. Und passiert dann halt logischerweise auch viel Schaden. Von daher vielleicht sogar nochmal ein bisschen wichtiger, Deckung zu nutzen bei diesem Schiff als bei der Cleveland. So, haben wir uns hier auf jeden Fall platziert hinter dem B-Punkt, um gegebenenfalls Radar Hilfe zu geben. Aber es sieht aktuell nicht so aus, als wenn das Gegner-Team den B-Punkt einnehmen möchte. Fahren wir mal rückwärts ein bisschen in Position. Ihr seht schon, Frontgeschütze, wenn wir nach hinten gucken, drehen nicht unfassbar weit. Dementsprechend muss man wirklich viel Breitseite zeigen. Auf der anderen Seite direkt schon mal ein Kampf zwischen den Zerstörern. Wir haben aber dort bei C drei Zerstörer. Ich hoffe, dass unser Team die Daring dort rausnehmen kann. Sieht nicht so aus, als wenn hier gerade das Gegner-Team sehr daran interessiert ist, B einzunehmen. Eine Borgon, die dort außen rum kommt. Fehlen uns hier so ein bisschen die Reichweiten, um in der Mitte mitzuhelfen. Aber hier ist auch eine feindliche Daring. Heckgeschütz können wir hier mal über die Inseln bringen, für das Startschiff. Aber selbst hier in diesem Winkel sind Frontgeschütze gerade nicht in der Lage zu helfen. Also die Turmwinkel auf jeden Fall definitiv ein Problem meiner Meinung nach bei diesem Schiff. Heckgeschütz kommt vorbei und wir können jetzt hier helfen, die Daring rauszuschießen. War natürlich ein bisschen suboptimal hier von der Daring. So massiv nach vorne zu fahren. Draußen ist auf jeden Fall die Daring, aber auch der Taktik leider schon einiges an Schaden passiert. Passiert. Geht hier leider auch raus. Natürlich schade. Aber ich sag mal ein 8er Zerstörer gegen... Gegen deren... Gerade eine Daring, was wahrscheinlich aktuell der beste Zerstörer im Spiel ist. Ist jetzt nicht so unbedingt ein Trait. Der unfassbar schlecht ist. Und auch auf der anderen Seite, das Gegner hat eben schon zwei Zerstörer verloren. Das heißt... Da ist nur noch einer übrig. Versuchen jetzt hier mal ein bisschen die Pommern zu ärgern. Oh, okay. Da kommt einfach nochmal eine Daring rum. Aus dem Nichts. Keine Ahnung. Warum die Daring... So ins Freie hier reinfährt. Wir können natürlich perfekt die Insel nutzen als Torpedoschutz. Das heißt, die Daring hat hier keinerlei Möglichkeiten überhaupt, die Insel gegen uns zu verwenden. Und wir konnten bequem mit dem Heckgeschütz die Daring hier rausschießen. Damit hat das Gegnerteam nach ca. 4 Minuten alle feindlichen Zerstörer verloren. Ist natürlich ein klassisches Bild. Auch wenn man es häufig sieht. Und ich glaube jeder der Meinung ist, Runden mit vielen Zerstörern sind nicht so spaßig. Aber in fast allen Runden sterben so viele Zerstörer in den ersten paar Minuten durch die vielen Zerstörer. Dass es halt mehr oder weniger dann auch relativ schnell ein normales Gefecht ist. Sechs von den acht Zerstörern hier in der Runde sind schon draußen. Jetzt haben wir nur noch zwei Zerstörer quasi übrig. Zum Glück beide noch in unserem Team. Muss jetzt hier aber ein bisschen aufpassen. Die Borgonen dort eventuell hinten am Rumkommen. Deswegen versuchen wir hier ein bisschen dichter zum JC ranzukommen. Auch eventuell für Wille zum Wiederaufbau. Dort kommt auch noch eine Oczakow. Haben hier aber direkt die AP geladen. Auch die AP, gerade gegen Breitseitenkreuzer. Ist hier auf jeden Fall sehr effektiv. Okay, sieht so aus, als wenn das Schlachtschiff hinten noch nicht rumkommt. Dreifach Zitadelle mit der Salve gegen die Oczakow. Und noch eine Zitadelle hinterher. Und draußen ist hier die Oczakow. Aber jetzt sind wir natürlich in einer sehr ungünstigen Position. In der Mitte ein Schlachtschiff. Links ein Schlachtschiff. Und wie man das von der Linie kennt, haben wir hier natürlich auch keine Torpedos. Das ist natürlich immer so ein Moment, wo man unbedingt die Torpedos haben möchte. Und wie gesagt, auch die Winkel von den Hopp-Geschützen sind nicht optimal. Für den Nahkampf speziell. Nutzt jetzt hier einmal das Radar, um zu sehen, wo die Bourgogne langfährt. Fährt dort wieder rückwärts. Das heißt, wenigstens kommen beide Gegner nicht von beiden Seiten. Können außerdem das Radar hier noch minimal nutzen. Um die Pommern zu ärgern. Der Aufbray-Schaden ist auf jeden Fall in Ordnung, wie wir sehen. Zumindest, wenn wir in die Aufbauten reinschießen. AC dort leider einiges kassiert. Wahrscheinlich wird die Pommern jetzt als nächstes auf uns schießen. Gegen hier nochmal ein Brand. Die Schütze drehen schon rum. Jetzt könnte es auf jeden Fall kritisch werden. Nutzer Schadensbegrenzungsteam. Okay, das war noch halb so wild. Versuchen jetzt hier unser Schiff so gut wie es geht ein bisschen anzuwinkeln. Dass wir nicht komplett Breitseite zeigen. Wir benutzen nur unsere Heckgeschütze mit der AP. Die Capelos sind soweit kein Problem. Wir versuchen jetzt hier die Pommern runter zu schießen. Versuchen hier die Bereiche vom Schiff zu treffen, die noch nicht so wirklich saturiert sind. Da können wir auch schön 4000 Schaden mit zwei Geschützen nur machen. Wir haben jetzt hier einen Doppelbrand, reparieren den aber. Und langsam, aber sicher, geht die Pommern raus. Schießt hier nochmal auf uns. Und draußen ist die Pommern. Bleibt nur noch die Borgon übrig. Müssen jetzt hier aber erstmal unsere Geschütze wieder drehen. Leider das eine Frontgeschütze hier auch ausgeschaltet. Die Runde sieht natürlich sehr, sehr gut aus. Die Runde ist garantiert hier gewonnen. Unser Team überrennt dort gerade das letzte Schiff. Beim A-Punkt. Wir wechseln hier wieder zur AP und versuchen, ähnlich wie bei der Pommern hier mit der AP, die nicht saturierten Punkte zu treffen. Machen dort auch wirklich gut mit Schaden. Borgon ist jetzt hier natürlich gerade konzentriert, den JC rauszunehmen. Schafft er leider auch. Aber die nächste Salve war schon ausreichend und die Borgon ist draußen. Nutzen jetzt hier nochmal unsere letzte Heilung. Hier killt es. Leider keine wirkliche Chance mehr, dort eine Krake zu holen. Weil ich mir relativ sicher bin, dass das letzte verbleibende Schlachtschiff dort nicht mehr lange am Leben ist. Ja, sie hatte auf jeden Fall ein potenziell gutes Schiff, was die Hop-Batterie angeht. Allerdings sehr situationsabhängig durch die bescheidenen Turmwinkel. 167.000 Schaden wurden das am Ende. Mit 251 Hop-Batterietreffern, ein Schiff aufgeklärt, fünf Ausfälle, vier Schiffe zerstört, neun Brände, vier Zitadellen, dreimal verteidigt und dann gab es noch das Großkaliber. Aber schauen uns auch schnell das Team-Ergebnis an. Auf jeden Fall hier sehr, sehr schöne Runde dafür, dass die Runde gar nicht mal so lang geht. 3.500 Basis-EP knapp an der Krake vorbei. Hätten wir dort noch die Pommern bekommen, wäre es sogar dort direkt die Krake gewesen. Aber auch ein Gegnerteam, die Minnesota, auf jeden Fall eine starke Runde. Werfen nochmal einen Blick auf den Wirtschaftszweig. 380.000 Kreditpunkte Profit gemacht mit dem einfachen Booster. Und dann gab es noch etwas an Erfahrung. So Leute, das soll es auch soweit mit der Schiffsvorstellung der Seattle gewesen sein. Auf jeden Fall ein Kreuzer, der hohes Potenzial hat, was die Hop-Batterie angeht. Sowohl die HA als auch die ARP kann dort wirklich sehr gut Schaden machen in den richtigen Situationen. Allerdings ist das Schiff natürlich schon ein bisschen träge. Und man muss dazu sagen, in Kombination mit den Turmwinkeln ist das Schiff sehr situationsbedingt und auch kartenabhängig. Man möchte natürlich Karten haben, wo man so gut wie möglich Deckung nutzen kann. Ob es Inseln sind oder vielleicht Nebel vom befreundeten Zerstörer. Das ist auf jeden Fall schon wichtig, um dort mit diesem Schiff erfolgreich zu sein. Wenn man dort im Offenen ist, ist es halt wirklich sehr sehr schwierig oder sehr glücksabhängig, wie der Gegner einen trifft. Und dann kann es halt schnell zu Ende sein. Auf jeden Fall gerade auch mit dem Radar natürlich ein super Schiff gegen Zerstörer haben wir hier gesehen. Die Daring und auch die Gearing haben wir dort sehr sehr schnell runtergeschossen. Das macht natürlich Laune, wenn die Gegner dort nicht aufpassen. Aber allgemein die Turmwinkel hier auf jeden Fall ein sehr großes Manko. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.